Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Abonnenten und ich wollte heute nur mal kurz etwas sagen und zwar macht ein Kollege von mir heute einen Livestream und er hat mir irgendwas gesagt, er spielt Star Wars, ich weiß es nicht genau, ich guck nochmal nach, auf jeden Fall, der Livestream läuft ab jetzt und er spielt das jetzt hier, wie ihr alle seht und kommt vorbei, der Link ist in der Beschreibung. Es macht sehr Spaß, ihm zuzugucken, postet es, genau, er spielt Star Wars, kommt vorbei, schaut es euch an, postet es weiter und abonniert mich, ich weiß nicht, ob er einen YouTube-Kanal machen will, aber ich weiß es nicht genau, das spreche ich nochmal später mit ihm ab, ich halte euch auf den Laufenden und haut da rein, Leute.